Herzlich Willkommen im BIBA Gaming Lab. Das ernsthafte Spielen, im Englischen auch Serious Gaming genannt, ist eine Methode um komplexes Wissen oder auch Erfahrungswissen spielerisch zu vermitteln. Wir hier am Gaming Lab konzipieren, entwickeln und setzen derartige Spiele ein, um die Aus- und Weiterbildung im Bereich Produktion und Logistik zu unterstützen. Das Multiplayer-Game Sumaga Island haben wir entwickelt, um die Auswirkungen kleinster Störungen in einer Supply Chain erfahrbar zu machen. In diesem Spiel haben die Spieler die Rollen von Produzenten oder Zulieferern einer Saftbar, die je nach Abhängigkeit der Wetterlage unterschiedliche Absatzmengen hat. Schon bald merken die Spieler, dass durch die Verzögerung in der Kommunikation eine Abweichung entsteht, die sich mit der Zeit aufmultipliziert. Das nennen wir den Bullwirt-Befekt. Mit dem ARKU-Hafenspiel haben wir ein Quiz-Game geschaffen, mit dem wir Erfahrungswissen aus dem Bereich der Hafenarbeit vermitteln wollen. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in unterschiedlichen Rollen und müssen Aufgaben des sicheren Verladens und des Staunens bearbeiten. Die Spieler können sich auch untereinander messen, indem sie ein Quiz-Duell miteinander durchführen. Oh, jetzt habe ich verloren. Mit modernen Virtual-Reality-Technologien, wie sie ATEM uns gerade vorführt, können wir sehr komplexe logistische Arbeitsprozesse simulieren. Der Benutzer kann dabei verschiedene Funktionen ausprobieren, ohne dabei etwas kaputt zu machen, falls es mal für ihn nicht so gut läuft. Zusätzlich haben wir in der Software ein Lernkonzept integriert, das Fehler vorproduziert, die der Benutzer dann mit eigenen Denken und Handeln lösen muss. Dies erhöht nicht nur die Motivation, sondern unserer Erfahrung nach auch die Unfallsicherheit. Und wenn wir Ihr Interesse jetzt geweckt haben und Sie mehr über die Methode der Serious Gaming erfahren möchten, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen.